Ja, also, bevor ich anfange, meine Haare, fragt einfach erst gar nicht. Und dann hat der eine oder andere sicherlich schon mitbekommen, dass ich 200 Abonnenten geschafft habe. Da wird natürlich, da wird natürlich dann erstmal der Schuldige gesucht. Und ich würde sagen, wir haben ihn auch schon direkt gefunden. So, mein Carlo. Ja, sorry. Nee, aber jetzt mal ohne Witz. Danke für die 200 Abonnenten. Ich weiß echt nicht, ob ich irgendwo, hatte ich noch diese Karten. Ah ja, hier. Hier. Zwei Karten, die sind komplett verstaubt. Sieht man das in der Videoaufnahme? Hier sieht man das richtig krass. Egal. Also, 15 App Store, 15 Google Play. Ich würde sagen, ich verlose die nicht. Habe ich auch nicht bei 100 Abonnenten verlost, alles gut. Ich verlose eine von den beiden Karten bei 250 Abonnenten. Und ich würde sagen, deswegen drückt alle auf den Abonnieren-Button. Ich bin, ich bin ziemlich fies. Ich weiß, ich weiß. Aber, naja. Muss ich euch die verlosen? Nein. Mach ich's trotzdem. Ja, also. Ehre. Geht mal alle auf YouTube Suche. Gebt WeihNils ein. Sonst geht bei mir in die Videobeschreibung. Da ist der Link. Könnt ihr da auch finden. Und abonniert ihn. Wir machen jetzt in Zukunft auch Videos miteinander. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr lustig und cool. Ich wollte mich einfach kurz dafür bedanken, dass ich einfach in den letzten zwei Monaten ziemlich viele Abos dazu bekommen habe. Das freut mich sehr. Und wenn euch die ganzen Videos gefallen, gebt mir doch gerne ein Like. Guckt euch doch die zwei Videos an, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Aber wenn ihr die schon gesehen habt, dann könnt ihr euch einfach meinen Kanal abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.